Das ist doch ein schönes Bild. Ich habe hier alles offen und Nero frisst mit Chester zusammen. Chester hat ihn bisher nie mitfressen lassen. Noch nie. Jetzt lässt er ihn anscheinend mitfressen. Nero sieht, dass ich komme. Ja. Was habe ich denn da? Ich habe einen Wedel. Ich habe hier einen Wedel. Das beeindruckt ihn nicht sonderlich. Ja, ja, ja. Feiner Wedel. Feiner Wedel. Kann man anknabbern. Ja, ja, ja. Kann man anknabbern. Fein. Feiner, feiner Wedel. Ja, der macht auch kein besonderes Getue. Wenn das Pferdchen lieb ist. Und wenn das Pferdchen einen bedrängt, dann wedelt er heftig. Geh du mal gucken im Bubenauslauf. Wer alles da drin lebt, muss man genau anschnuppern. Und Fjölvi hat eben schon genug gefressen. Den interessiert das nicht, dass die anderen da jetzt fressen. Chester möchte den letzten Halm noch auffressen. Tafi steht da ganz hinten. Schaut, was an der anderen Ecke da hinten passiert. Ja, und Nero muss. Hier einfach gucken, was hier so los ist. Er soll ja auch hier mal drin leben mit den beiden Buben. Frisst er einfach ein bisschen an den Bäumen. Aber sonst, glaube ich, ist es einfach zu langweilig, da so zuzugucken. Okay, bis zum nächsten Mal.